Simon, jetzt mach bitte die Tür auf. Ich weiß gar nicht, was du hast. Dein Kostüm ist doch super. Jeder auf der Party wird sich beneiden. Ich sag's dir. Komm schon, Simon, mach jetzt auf. Die anderen Jungs haben bestimmt alle so langweilige Kostüme wie Superman oder Batman. Deins ist wenigstens originell. Und außerdem ist das doch dein Lieblingsheld, oder? Komm schon, Simon, mach jetzt auf. Wenn du jetzt nicht rauskommst, dann ruf ich da an und sag denen, der Simon kann leider nicht kommen, der hat Angst. Willst du das? Soll ich da anrufen, Simon? Ich ruf da jetzt an. Siehst du toll aus. Komm, guck dich doch mal im Spiegel an. Wunderschön. Warte, noch schnell die Perücke. Perfekt.